hierbei ich bin ein und ich bin Julia und ich möchte gerne Mission bestehen damit ich dann auch in den Dschungelcamp komme 2016 nach Australien und ja, wir haben uns hier eine Riesenmission aufgelegt und wir sollen jetzt so dreht die Challenge schaffen machen und ja, ich denke schon dass ich das schaffe ich habe auch meine Tagescreme dabei mein Eyeliner und so ja und ich denke schon dass das klappt wenn nicht, sollen die anderen zwei das machen und ich setze mich in die Ecke da und gucke mal ein bisschen ja okay ja tschüss tschüss also und ja ja ich Untertitelung des ZDF, 2020